Bei sonnigem Maiwetter war die Vespa-Gängli oben, beim Fahrsicherheits- und Geschicklichkeitstraining im Fliegerhorst Zeltweg. Nach der Anmeldung erfolgte die Begrüßung der Gäste und die Eintellung in vier Gruppen. Nach dem Gruppenfoto erfolgte bereits die Einweisung der ersten Gruppe. Danach ging es gleich auf die Piste. Ein anspruchsroder Parcours mit nähen und weiten Kurven und einer schnellen Gerade. Die Kurve zu eng, das Fahrzeug zu langsam, nichts passiert, weiter geht's. Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 Die nächste Übung, ein weitläufiger Slalom. Die Augen Im dritten Teil wurde das Bremsen geübt. Nach dem Bremsen geht es auf den Slalomkurs. Die Augen 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 Die letzte Übung rundete die Sache ab. Ich liebe meine Vespa.